Schärfe 3, Schärfe 3 Und da haben wir alles schon ab... Los, du sollst jetzt alles schnell abbauen, los! Okay, los! Wir müssen abstauben jetzt, wahl kurz bevor wir rin gehen Doch nicht! 3, 2, 1, jetzt! Nee, geh raus, jetzt! Und jetzt direkt los! Scheiben rein, jetzt! Okay Da gibt's 10, ja, okay 3, 2, 1 Hey Leute, herzlich willkommen zu meiner Teil von der Terra 7 Heute gehen wir direkt auf den Server Ich bin schon drauf Und wir wollen jetzt ganz schnell noch entschaden Und dann raus Aus dem Kabauka hier Ähm, Schärfe 2 Hä? Bin ich behindert? Hä, ich hab doch schon Schärfe 3 und Schärfe 3 Und dann... Los, du sollst jetzt alles schnell abbauen, los! Okay, los! Wir müssen abstauben jetzt, eh! Wir nehmen das Wichtigste auf unserer Kiste raus, ne? Jaaaa... 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 Wollen wir eine goldene Äpfel? Ähm, das Essen eventuell, hier das und... nochmal... Das Kohle-Erd... Das brauche ich... Okay, und los! Warte kurz, ist noch nicht alles Wichtiges raus! Na klar! Kohle! Das brauche ich jetzt nicht mehr so unbedingt! Doch, doch, Kohle hab ich doch schon raus! Okay, los! Äh, ruhig doch! Fahrt kurz, warte kurz, ich mach noch irgendwas... Los, jetzt los! Und die Kiste... Wo geht's zurück? Wo geht's zurück? Wo geht's zurück? Äh, da lang war es wahrscheinlich... Ja, da lang! Doch! Also jetzt wissen wir nicht mehr wo das ist... Oh mein Gott jetzt... Doch, 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 doch! Doch, hier lang! Hallo? Ja, ich komme! Achso, ich hab schon gedacht, du teilst jetzt irgendwie aus oder sowas! Wir müssen noch kurz aufhachen! Junge! Oh Gott, hey Achtung! Achtung! Geh lang! Na gut, dass ich bin kalt! Äh, und dann müssen wir da hinten irgendwo hoch! Müssen wir dann! Obwohl, ich geh... Ja, da! Du, da, guck mal, da wo der Dingensweg ist! Da musst du gleich hoch! Ah, der Dicker, das... Ja, ich glaub, die sind schon gleich links weg! Ja, das war dumm! Aber jetzt muss ich hier... Komm schon, ich möchte hier weg, hier! Kommst du? Warte kurz! Was machst du denn? Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin in der Wand! Ich hab mich sonst hier einfach hoch gebaut. Hier vorne... Ja, hier kommen jetzt alle, ne? Ja, hier kommen jetzt alle, ne? Ja, weiß ich doch nicht, warum ich mich so hoch mache... gebaut ja hallo es war hoch du oberlappen was machst du denn da wirst du bringen musst du selber dann schreit es kommt noch mehr ein chef hier ist es ja komm wenn ich auch mal chef 4 wir sagen nichts dahin ist das portal okay soll ich mein gott nach der schlossen teil ich habe einen gott nachfüllen wahlkopfes vorwarten gehen noch nicht bald 2 1 jetzt nicht raus jetzt und jetzt direkt los Leute haben so und prügt mannt okay wo man laufen wo man laufen hat Ja komm, renn mal, renn mal los hier. Ja, von wem wir haben sauer OP-Equipment, ne? Aber wo kommen die jetzt überhaupt? Ja, die haben vielleicht mehr Dias gefarmt als wir. Wir müssen weiter laufen. Rennen die noch hinterher? Ich glaub nicht, aber komm, wir laufen weiter, wir laufen weiter. Ja, siehst du, wir müssen Dias farmen, wir müssen Dias farmen, unbedingt. Okay, nix, nix, nix. Wir müssen doch unbedingt Dias farmen. Weiter. Unbedingt. Nur meine Pfeile sind weg. Habt ihr das noch mitgenommen? Nee, wir kommen jetzt nicht. Null. Ihr braucht... Ich hab dir's von Anfang an gesagt, dass wir kein Hudes-Equipment haben. Wir haben da Eisenrüstung. In Folge 10. Das ist nicht gut. Komm, wo bist du? Da bist du. Wir wissen, was ihr essen müsst. Das sind einfach so ekelhafte Bogenkämpfer. Mehr sind das nicht. Die nicht, dass das die Suss... Aber dann sind wir schon... Wir sind immer in dieser Richtung hier, ne? Ja. Ja, lass mal ein bisschen da dran drin. Und wenn wir mal an der Border sind... Ähm... Ja, wir haben... Wir haben zu spät abgestaubt. Wir waren schon längst wieder voll weg. Alter. Ja, cool. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Essen. Und weil, was sie noch so für den Equip haben. Ähm... Meine Fresse, ich hab wieder so Scheiße im Innen. Wir schreiben nichts. Alter, wie ätzend war das jetzt bitte? Ja, Hinterhalt hätte halt funktionieren können, aber... Hat nicht. Wir müssen ein bisschen weiter in die Richtung rennen, weil... Ja. Beim Rest waren wir schon. Hier hatten wir ja unsere Höhle. Und dann müssen wir weiter rein. Haben wir da auch mehr ausgekrammt? Kevin, wir fahren jetzt. Die haben... Die haben uns mit den Bogen getroffen. Es war ein Fight. Es war ein Fight, Kevin. Ja. Es war jetzt ein Fight. Ganz ehrlich. Wir haben sie mit dem Bogen abgestanden. Und sie haben uns mit dem Bogen abgestanden. Es war ein Fight. Es war ein Fight. Das heißt, wir müssen jetzt spätestens 25 wieder kämpfen. Ah, okay. Das heißt, das hat... Ach, was dich schlau gemacht? Ich habe mich schlau gemacht. Ja, ein Fight. Okay. Wir waren in einem Fight. In einem kurzen. Ah, ich muss den Weg rennen, weil wir dann bemerkt haben, dass wir zu schwach waren. Ja, so. Ja, wir waren in einem Fight. Da könnt ihr mir gerne was darüber sagen, meine Freunde Battlemensch. Aber das war ein Fight. Wir haben euch abgeschossen und ihr habt uns abgeschossen. Ich wollte eigentlich nicht im Schein erst drauf losgehen, weil ich bemerkt habe, dass ich keine Pfeile mehr hatte. Irgendwie. Ja, gut. Das war halt eben schnell... Da hinten ist ein Villager-Dorf. Da ist aber schon mal dran vorbeigelaufen. Ja. Nein. Doch. Hier nochmal mit, was du... Äh. Alter. So eine Kacke, aber auch. Ähm, Haltbarkeit. Schwert nur nochmal jetzt hier. Ja, so die... Die Anzeit ist jetzt vorbei. Ja... Doch jetzt. Doch jetzt. Ich brauche, wir brauchen mal wieder Öfen, ne? Rückschluss, das brauche ich jetzt nicht mehr. Komm bitte. Wir suchen uns jetzt hier... Wir suchen uns keine Höhle, wir brauchen uns... Wir brauchen uns... Wir Idioten! Ich weiß, dass wir das hätten machen können. Während sich jetzt, äh, 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 sein... Von Battlemach der Teamkamera, die es ausgelockt hatte, ne? Wir hätten mir jetzt während das uns gleich angreifen können und davon jetzt gewartet. Wow, die Schwelle war so niedrig, ey. Also ich bin es erst so 10 bis 15 Sekunden später ausgelockt. Woher sie musste sich... Ja komm, hier war noch niemand drin, glaube ich. Komm mal, mach mal da oben zu. Schon unten. Ähm, ja, du bist schon unten, ja, das weiß ich. Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt zu? Ach komm, mit Netherrack. Äh, kommst du? Ja, ich wollte das doch hier noch zu machen. Obwohl, ne, brauche ich eigentlich gar nicht. Ist doch unnötig. Ähm. Kommst du? Hallo? Ja komm, nehmen wir mal ein bisschen Eisen mit. Wir haben nicht auch nicht mehr was. Kevin? Hi. Ich hab, ich hab gehört, dass du Schaden genommen hast. Ich hab auch so viel Lava-Eimer gesessen, wasserhalber. Apropos Lava und Wasser. Ja, komm hier lang, komm hier lang. Warte mal kurz, Wassereimer brauche ich. Wir haben 15 Dias? Ja, insgesamt. Seit wann denn das? Ah ja. Haben wir hier schon mal? Ah ja, wir haben doch gesagt, wir bräuchten auch nur noch einen Dias. Da hinten ist übrigens gerade so eine Endfestung, ne? Wie? Da war so eine Endfestung. Zeig. Guck mal nach oben hier. Äh, warte. Guck mal da. Lol. Komm mit. Da sind manchmal richtig wertvolle Sachen drinne. Bücherregal und sowas. Damit können wir auch endlich jetzt verzaubern. Ja, dankeschön. Aber ich glaub, da war schon jemand drinne, oder? Das sieht nicht so aus. Doch. Oder warst du das? Ne, das war ich nicht. Okay. Okay. Ja, ich geh wieder zurück zum richtigen. Äh, wo sind wir? Labyrinth! So, ich geh einfach hier raus. Ja, dann gehen wir wieder hier runter, weil das war doch schon gut. Ja, eben eine... Was ist schon eben eine 20 hier unten, ne? Oh, es ist so schön hell, ne? Ja. Ja, ja. Oh. Äh. Was ist denn? Müssen wir wieder essen braten, ne? Ja, hier war schon jemand. Zeig mal. Oh, wieso? Jetzt wird jemand drüber gekraben. Äh. Äh. Mann, wer lässt denn so viel Eisen liegen? Das ist doch dumm. Ja, hier hat sich tatsächlich jemand neu gegratet. Lass mal hier runter gehen. Loll. Loh, schon 10 Minuten, ne? Als ob. Hier ist Lappel-Scheiß-Soli, war mal kurz. Lappel-Scheiß-Soli. Ja, es hat mich früher nur genervt, bumm. Ne, lass mal... Lass mal aber auf der anderen Seite gucken, weil da war er definitiv nicht, weil ansonsten... Oh Gott, da ist schon wieder so ein ekelhaftes Fickes gelät. Ich hab... Ja, du hast tatsächlich keine Pfeile, weil ansonsten würdest du ja... ...wiesen können. Ja. Ansonsten wäre auch so angepisst. Ja, hier war doch jemand. Ja, hier war definitiv jemand. Ähm... Strip-Minen. Das ist Chippen? Okay. Brauche ich mich in die andere Richtung. Ja. 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 Wie spät haben wir es? Okay. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Wer glaubt das wirklich? Okay, nice. Hallo, wo bist du denn? Geh mal weg! Arschloch, ich muss gerade abschreiben. Oh mein Gott, was ist hier los? Lol. Jetzt wissen wir seine Rekords, lass snipen. Du hast alles unter Kontrollen. In USK. Aber dass ich nicht diese in USK zeigen kann, musst du es nicht. Aber ich kann nicht dieses in USK zeigen. Hast du alles unter Kontrollen? Alter, ja. Oh hier ist ein Mob-Spawner, haha. Ich bin nicht erst. Nein, nicht. Das war ein nerviger Hüllenspinn-Spawner. Ich möchte an diese Quelle ran, Mami. Miau. Ich auch. Fuck. Ich bin tot. Papa. Alter, hab ich das andersprochen? Äh, komm, wir machen jetzt mal strippen, ne? Oh ja. Wir gucken mal an. Geil. So, erst mal hier. VN. Redstone. Ich brauche Ideen. Roter Stein. Ja, geil. Stein. Oh, Stein. Alter, ich hab ihn doch schon geschehen lassen, Crank. Scheiße, mach nichts. Mach nichts, mach nichts. Lass ihn einfach. Nicht. Überlicht. Hab eh Fall. Ah ja, ich wollte ja sagen, vielleicht sollten wir mal Feier haben. Gleich mal, ich möchte mal eben schnell noch was, ähm, anbussen. Hab ne Öffchen noch das schon, ne? Äh, dann hätte ich schon mal Schärfe. Vier. Äh, zweimal schärfe vier. Wie viel kostet das denn jetzt? Oh Gott, äh. 21? Ja. Mach das nicht. Davon geht der kaputt. Ja, der ist ja fast schon kaputt. Oh, warte ab, warte ab. Wir bauen das hier halt, okay. Ein stark beschädigter Anboss. Hallo, wir machen das doch mit Spiel als Welle. Okay, auch so. Ja. Gut. Schafft. Du weißt schon, dass wir ne Schwelle von 30 Sekunden haben, bevor wir das Swipe bekommen dafür, ne? Ja. Ja. Hast du's. Ja. Ja, 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 ja. Das war's mit der Folge. Ihr bedanken uns fürs Zuschauen. Uns beziehen uns dann. Ich schwöre. Ich schwöre euch, wir werden euch alle ficken haben, ne? Komm, Adam. Du, Battle Victor, ne? So, ich werd dich wrecken. Wir werden dich wrecken. Das wirst du sehen. Ja. Ja. Deine auch. Ja, ja. Das war's mit der Folge. Wir danken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.